Unsere Verarbeitungsmuster Trauer, Wut, Angst, Veränderung sind nicht linear. Das Gewicht von allem, was in so unserer Welt vor sich geht, hat mich in den letzten Tagen erneut auf neuere und viel tiefere Weise getroffen. Irgendwie verbrachte ich mehr Zeit in den sozialen Medien als normal. Bestimmte Beiträge und Geschichten haben mich tief bewegt und zusätzlich habe ich mich wütend und manchmal verwirrt gefühlt. In der letzten Zeit ist unsere Welt nicht mehr wiederzuerkennen. So viele unserer Routinen sind völlig aus dem Gleichgewicht geraten. So viel ist noch unbekannt. Werden die Schulen wieder schließen? Wie lange werden wir zu Hause arbeiten? Wann können wir wieder mit weit entfernten Freunden und Menschen und Familie wieder die Verbindung aufmengen? Ich vermisse meine Mutter so sehr. Das war eine viel längere Strecke, als jeder von uns hätte sich vorstellen können. Und die Beständigkeit meiner Yoga-Praxis zu Hause gepaart mit langen Spaziergängen in der Natur, Zeit mit engster Familie, war mein Fels in der Brandung. Ich glaube, dass wir alle in dieser Zeit einen täglichen Fels in der Brandung brauchen. Die Yoga-Praxis. Nur alleine 10 Minuten könnte die geistige Ausdauer und Belastbarkeit fördern, die wir brauchen, um positiv zu bleiben. Meine Yoga-Praxis zu Hause gab mir auch die Inspiration für meine 70-Tage-Yoga-Programm für Anfänger. Die Kurse in dieser neuen Serie wechseln von der Dauer zwischen 5 bis 50-Minuten-Sequenzen. Was ideal ist für all diejenigen, die Beständigkeit und Ausgewogenheit in ihrer Praxis schaffen möchten. Zusätzlich gibt es täglich 1 bis 2 Asana-Tutorials, um mehr Sicherheit zu vermitteln, was die Technik angeht. Möchten Sie jetzt mit Ihrer täglichen Praxis beginnen? Ein Plan, den Sie während dieser Zeit zu Hause integrieren können. Ein persönliches Ritual. Ich liebe diese Kurse Yoga und Meditation. Mit dieser Forme habe ich meine häusliche Yoga-Praxis in ein Heiligtum verwandelt. Tauchen Sie ein in eine regelmäßige Praxis. Online. Mein 10-Wochen-Yoga-Programm für Anfänger zum Streamen. Freie Zeiteinteilung. Um Ihnen Ihre Entscheidung natürlich zu erleichtern, erhalten Sie eine Woche kostenlos zum Ausprobieren. Beginnen Sie Ihre Reise zu sich und seien Sie für sich selbst ein Fels in der Brandung. Um zu starten, öffnen Sie einfach den Link in meinem Profil für einen Schnellzugang zu meinem Shop My Health Solutions auf der Homepage.